Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich rede heute über Outside Zone und ich freue mich, dass ihr da seid. Wir fangen direkt an. Outside Zone, hier gegen die 3-4. Ganz kurz die ersten Coaching Points. Ganz wichtig ist der Aiming Point. Der Aiming Point ist imaginär außerhalb des Tackles, zwei Yards nach außen von seinem rechten Fuß oder linken Fuß und ein Yard tief. Das heißt, der Aiming Point des Winingbacks ist da. Ja, wichtig ist, dass der Running Back aber so lange parallel bleibt, wie er kann. Das heißt, er muss einen Schritt nach vorne machen und wird dann parallel oder der Quarterback macht einen Schritt nach hinten und lässt ihn direkt parallel werden. Das sind zwei Variationen, die man machen kann, um da zu bleiben. Der Aiming Point ist in dem Fall wichtig, weil der Block gelesen wird. Haben wir irgendwie Stress hier auf diesem Aiming Point, der Upfield geht und der Color zeigt, wird der Cut nach innen oder hoch kommen. Ist da kein Color, wird er weiter pressen. Das sind die zwei wichtigsten Sachen. Die Outside Zone geht nie nach hinten oder Backside, die geht entweder nur Up oder Out. Ganz wichtiger Coaching Point. Wir machen zwar auf gegen die 3-4, das sehr begünstigt ist. Hier sehen wir, wir haben einen Perimeter-Block oder einen Apex-Block von dem Y. Das kann auch ein Tidend sein, das kann ein Fullback sein. Wir müssen das kontrollieren. Wir müssen als nächstes die Edge kontrollieren mit unserer Uncovered und Covered Rule. Covered. Ja, wir sind Covered. Uncovered. Uncovered. Backfield. Covered. Ja, wir sind Covered. Uncovered. 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 Backfield. Covered. Jetzt werdet ihr sagen, es ist gar nicht so einfach, so einen Winkel zu kreieren. Das ist vollkommen korrekt. Das heißt, wir müssen Kombos kreieren, die da hinkommen. Diese Kombos sind Exchangeable. Das heißt, er kann ihn aufnehmen, nach außen oder innen. Das heißt, ich als Guard nehme einen Bucket-Step, greife die Innenhüfte an von ihm und versuche in meinem Kopf auf das Inside-V zu kommen, um ihn dann zu übernehmen. Der Tackle climbt dann zum 2nd Level. Gleiche hier. Und so. Ja, die Uncovered-Covered Rule greift, aber in dem Form ist es wichtig, dass sie in ihren Silos bleiben. Hier, ganz einfacher Block. Wir gehen nach innen. Geht er mit, nehme ich ihn. Geht er nach außen, sifte ich durch und versuche den Linebacker oder den Save, die der von hier kommt, aufzunehmen. So viel zur Outside-Zone gegen die 3-4. So, das war die 3-4 für euch. Hier seht ihr mal die 4-3. Das ist gar nicht so einfach gegen die 4-3, weil man zwei klare Edge-Washer hat. In dem Fall die Defense-Ans, die eigentlich die Außenseiten zumachen sollen. Plus man hat einen Overhang-Player, der im Apex-Bereich steht oder auf der Hash steht mit dem Sam. Das heißt, man hat zweimal den Player genau im Point of Attack, der da hinkommen könnte. Allerdings kann man durch einen ganz normalen Block des Receivers, des Fullbacks, des Tides, was auch immer, den pinnen nach innen. Und das will er halt nicht. Er wird versuchen, on top zu spillen. Dadurch kann man ihn aber echt immer weiter stretchen und ihn da pinnen. Das ist der schwerste Block. Der Point of Attack. Seal the Edge-Block. Also man versucht, den End zu kriegen durch einen richtigen Bucket-Step und versucht, ihn zu blocken. Das ist ein ganz, ganz Key-Block. Wenn ihr einen guten Tackle habt, der das machen kann, wird er euch viel Spaß machen. Der zweitwichtigste Block ist der Tackle, der auf der Dreiertechnik steht. Das heißt, man versucht eigentlich immer gute Winkel zu kreieren. Aber in dem Fall ist es so, wenn wir den zur Dreiertechnik laufen, das sind diese beiden Blocks, die Key-Blocks. Die stretchen auch die Defense, wenn es gut gemacht ist, aber es sind Key-Blocks. Wir haben hier den Cut-Off-Block vom Lenken-Guard und hat den Sift-Block vom Tackle. Und der Center, der hat so zwei Optionen hier. Er müsste eigentlich durch die Dreiertechnik, so sagt man es, Climbing, unter hinzukommen. Weil desto kleiner der Winkel wird, desto mehr ist die Chance, dass er on top kommt. Das heißt, er müsste da lang gehen oder sogar vielleicht teilweise mal auf den Pull, um da hinzukommen. So seht ihr, die 4-3 macht echt Probleme, weil man auch im A-Gap hier jemanden stehen hat, man hat im B-Gap jemanden stehen, im C-Gap und man hat einen Outside-Player. Was ist die Antwort dazu? Vielleicht sollten wir zu der anderen Seite laufen. Einfacher Block vom H. Zack, der Hook-Block. Wer hat hier ein Double-Team, was schön ist? Man hat hier ein Double-Team, was schön ist. Und man cuttet den auf oder man macht sogar ein APO oder was auch immer auf der Backside. Also, Outside-Zone, gerne mal zum Nose-Guard laufen. Ausprobieren, gibt ein gutes Loch hier. Und man hat einen schönen Play da. Der Aiming-Point für den Running-Bank ist das Gleiche. Der Quarterback muss zurücksteppen oder er steppt nach vorne. So haben wir beides gleich in der Sache integriert. Hier eine schöne Variation für euch. Ja, weil die Defense ist ja auch nicht ganz dumm und ist auch nicht auf den Kopf gefallen und hat auch immer schöne Antworten gegen jemanden. Das heißt, sie versuchen teilweise sogar, ihre Front dahin zu adjusten, wo der Tailback steht. Das heißt, sie versuchen die drei weg vom T zu stellen oder auch mal den Nose-Guard on top zu stellen oder den Tackle ins A-Gab zu stellen. Aber seht ihr das, wenn ihr ein Team seid, das viel Stretch läuft oder viel Inside-Zone läuft, seht ihr oft mal, dass sich die Defense-Line am Tailback orientiert. Wunderbar, so machen wir es auch. Ja, ich habe eine schöne Variation für euch. Wir laufen immer noch Outside-Zone, allerdings diesmal mit dem H. Der H kommt in Motion hinter die Line of Scrimmage und läuft ganz kurz vorm Snap volles Programm durch. Wir haben den Tailback, der zusätzlich am Point of Attack helfen kann. Wir haben den ganz normalen Scoop-Lock, Scoop, sorry, das ist falsch. Wir haben den ganz normalen Double-Team hier hoch zu dem. Wir haben Double-Team hier hoch zu dem. Wunderbarer Winkel, dadurch, dass die Defense es rüber gesetzt hat. Wir haben eine schöne Variation. Auch hier ist der Aiming-Point fürs Edge. Ja, genau hier. Und da entscheidet er sich, cutte ich hoch oder cutte ich dahin. Das kann auch mal ein Running-Back sein. Das kann auch mal ein Spieler sein, der in Open Space was machen kann. Aber ganz schöne Variation, gerade für Outside-Zone. Und auch, ja, dadurch kann man die Defense verwirren und auch mal so ein bisschen an den Rand drücken. Jetzt zeige ich euch noch ein Video und ein paar Drills. Und dann war es das schon für heute auf Coach Odentars YouTube-Channel. Dankeschön. So, hier gehen wir zum Outside-Zone-Player und ihr seht schon, aufgemalt sieht das relativ so aus wie ein Inside-Zone-Game. Also die Blocking-Zugehörigkeit ist die gleiche, allerdings mit einem anderen Aiming-Point. Man versucht ein bisschen weiter außen anzugreifen und auch der Aiming-Point des Running-Back ist außen. Ich hatte ja gesagt, 2x2, da ist der Punkt, den er angreift. Genau, da ist es auch so und da wird entweder hochgecuttet oder rausgecuttet. Ihr seht es hier wunderbar. Hier aufgezeichnet. Hier hat man 2 Blocks. Da hat man den Block. Da hat man den Block und da kommt nochmal Hilfe auch dahin. Das sind super Winkel und auch super Leverage oder Hebelkraft, die man hat, hier die Leute nach innen zu pinnen. Das seht ihr auch gleich, wenn es losgeht. Alle bewegen sich dahin. Da ist der Aiming-Point auch. Da ist der Aiming-Point auch gut. Da ist er schon außen. Ihr seht, was das für einen Winkel hier kreieren muss, um den Linebacker zu kriegen. Auch da, die Linemen bewegen sich alle tiefer, nehmen Bucket-Step, um da hinzukommen. Der Runningback hat den Aiming-Point Outside 2x2 und hat dann entweder die Cut-Up- oder die Cut-Out-Option. In dem Fall cutt er hoch, weil der Safety da runtergekommen ist und hat einen wunderbaren Straight-Run in die Endzone rein. Wunderbarer Play und das ist schön zu sehen hier, wie er dann nach innen kommt. Wie er dann nach innen kommt, obwohl es ein Outside-Run ist, aber die Outside wird ihm weggenommen durch den Safety, cuttet dann hoch und wunderbarer Play hier. Ich habe noch einen anderen Play für euch. Hier gegen eine Dreierfront. Auch schöne Variation aus der Gun. Es ist sehr weit, wird der Runningback teilweise positioniert, gerade bei Oregon oder Spread-Teams. Das ist aber auch okay, wenn er da steht und so einen kleinen Delay-Step macht, um da hinzukommen. Aber hier seht ihr es. Hier wird wieder außen angegriffen. Man hat die Winkel wieder, man versucht wieder vorzukommen. Da könnte der Winkel ein bisschen besser sein, da ist er schon gut. Er attackiert auch nach außen, ob es jetzt ein Tight ist, ein Fullback ist oder ein Wingback ist. Wunderbarer. Der Runningback, der vorblockt, liest es wie ein Runningback selber. Das heißt, wenn er außen zu viel Color sieht, cuttet er es hoch und nimmt den nächsten. So genau wie der Runningback es machen würde, ist auch ein guter Coaching-Point für den Fullback da. Der nimmt den dann und wunderbarer Player im Outside-Run-Game. Jetzt habe ich noch einen für euch hier. Double-Tied-End-Set. Die Defense muss sich committen, auf einer Seite den End zu tucken. Da läuft man auch meistens hin. Auch hier hat man eine gute Leverage durch eine Einer-Technik, durch eine Tuck-End. Man kann hier ein Double-Team kreieren. Man kann hier ganz einfache Double-Teams kreieren. Im Gegensatz zur anderen Seite, wo man hier schon fast Outside-Leverage hat. Hier hat man Leverage. Da hat man Leverage. Der Quarterback kriegt einen Check-with-me-Call. Entweder nach links oder nach rechts. Er geht hier wahrscheinlich nach links, hoffentlich. So hat man ein Double-Team da. Ein Double-Team da. Wunderbare Blocks am Point-of-Attack. Und kann ein 1-on-1 kreieren. Mit dem Safety wieder, was der Runningback in meisten Fällen gewinnt. Soviel zum Outside-Zone-Play. Ich wünsche mir, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Und freue mich über ein Abo. Danke.